Als nächstes hätte ich jetzt im Angebot, wie findet man gute Investment- beziehungsweise Firmen, bevor sie groß sind oder noch nicht an der Börse? Das wurde ja im Discord gefragt, was es da für Möglichkeiten gibt und der Stefan hat schon eine interessante Liste gefunden. Hier auf CNBC. These are 21 Disruptor, 50 Unternehmen, die die Welt in der Zukunft verändern werden oder wahrscheinlich sollen. Finde ich sehr interessant. Also hier ist auf jeden Fall schon mal, das kann ich gleich mal reinposten oder das werden wir unten reinposten. Kann man sich die Liste mal durchgehen? Ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt, irgendwie zu sehen, welche Firmen kommen da? Klar, Robinhood allen voran. Wir wissen ja, im letzten Jahr ging das mit den Finanzen so gut durch die Decke, aber auch Stripe. Und hier findet man dann schon einige Unternehmen, die sehr interessant sind. Und hier kann man sich dann erst mal so Inspiration holen und dann kann man das Ganze aufschreiben, verifizieren, was gibt es für Konkurrenten. Aber das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, um sich hier wirklich Gedanken zu machen. Da ist auch zum Beispiel was wie ein Clubhouse drin und so weiter und so fort, aber allen voran halt Robinhood. Gut, dann kann man hier noch so ein bisschen weiter reingehen. Da werden auch so ein paar Daten und Fakten, Funding, Valuation, was die sozusagen gerade wert sind, ob die schon an der Börse sind oder nicht. Aber hier bekommt man dann schon mal gewisse Informationen. Und das nächste, was ich aber noch geiler finde, was auch ein Studienkollege von mir nutzt, ist Crunchbase. Das ist eine richtig geile Seite. Dort findet man extremst viel, was Seed-Investoren angeht, Funding-Rounds, Unternehmen. Ich habe jetzt auch nur die Free-Version, aber hier bekommt man dann wirklich so aller Art LinkedIn, wenn man so sagen kann, fürs Investieren. Und kann dann wirklich sehen, okay, was gibt es da für Firmen, wenn wir jetzt wahrscheinlich Microsoft suchen oder ist ein bisschen langweilig. Bekommt man aber hier Organisationen, People, Investoren, Funding-Rounds, Acquisition, Schools, Events. Und das ist mega geil. Klar, in der Prämienverhandlung kostet es relativ viel Geld, aber da bekommt man dann wirklich, okay, Number of Acquisitions, was die gekauft haben, of Exits, Employees. Ist jetzt relativ langweilig, aber da kann man halt mal wirklich durchgehen. Da ist echt alles drin, Airbnb und kann dann eventuell, wenn man so eine Idee sich von Robin Hood oder beziehungsweise von C&B oder irgendwo geholt hat, kann man dann wirklich mal reinschauen, wie viele Unternehmen haben die. Was sind da gerade für Investoren drin, wo stehen die in welcher Seed-Round. Es ist mega geil, man bekommt extrem viel Insights hier, auch schon in der Free-Version und kann dann wirklich gucken, okay, was für People sind da drin und kann dann auch sehen, okay, vielleicht haben die in irgendwelche anderen Unternehmen investiert. Das finde ich immer super spannend, wenn man wirklich dann sehen kann, okay, wo investiert zum Beispiel der CEO jetzt noch, Number of Exits, was hat der für Investments? Wo ist der Seed-Round, Flight Car, Balanced, Summly? Und dann sieht man, aha, okay, da hat er investiert, in den Jahren, was für Exits hat er gemacht, wie erfolgreich war er da? Und dann kann man zum Beispiel auch den erfolgreichen Investoren irgendwie folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da ein Ray Dalio irgendwie so drin ist, der macht jetzt nicht so viel Fundinvestment. Aber man findet eigentlich alle da drin, Number of Exits ist jetzt nur eins, okay, Investment, wo er vielleicht mal rein investiert hat. Ist dann aber spannend, wenn man da so seine Lieblinge gefunden hat, kann man da echt nochmal durchgehen und richtig coole Sachen finden. Mein ehemaliger Studienkollege ist hier immer relativ unterwegs und hat sich da gefühlt auch das Premium-Premium-Modell geholt. Und was er macht, er hat dann so den Leuten, denen er folgt und guckt dann immer, wenn sozusagen IPOs sind, die jetzt auch gar nicht so groß an der Nestec oder sowas sind, die vielleicht auch so ein bisschen, ja, over-the-counter sind oder eben, ja, nicht direkt auf den Hauptgroßindizes gehandelt werden. Aber die sucht er sich dann raus und investiert da rein und investiert da wohl sehr erfolgreich drin. Muss man natürlich gucken, ob sich das für einen lohnt. In der Free-Version würde ich erstmal ein bisschen durchklicken. Was suche ich denn? Welchen Leuten will ich folgen? Was für Acquisition gab es in letzter Zeit? Wo liegt denn vielleicht auch meine Expertise? Ich würde dann zum Beispiel in meinen Tech-Bereich gehen, beziehungsweise Fintech oder eben, was mich gerade interessiert, ist halt Enabling Technologies für Weltraum und Space. Und würde mich dann echt mal so ein bisschen durchklicken. Was gibt es da? Also das ist tatsächlich eine der geilsten Plattformen, die ich kenne, um wirklich neue Investments zu finden. Das schreiben die, glaube ich, ganz am Anfang, wenn ich mich auch auswähle. Schreiben sie, dass diese Plattform sozusagen Finding Prospects, Find Investments, Find Investors, Conduct Mark Research. Also, ja, zum Austauschen, zum Finden des Investments, aber auch Investoren, glaube ich, finden, wenn man wahrscheinlich sein eigenes Investment-Startup dort hinlegen möchte, öffentlich machen möchte. Und ich glaube, das ist so eine gute Anlaufstelle, auch selbst, glaube ich, eine kostenlose Variante, so ein bisschen durchzuklicken, was da geht. Und ja, dann kann man sich dann austauschen in der Community bei uns. Discord ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man da Ideen hat, kann man da immer wieder was einfeuern. Auch wenn ich jetzt mal eine Idee habe, werde ich da immer mal kundtun, was für Ideen ich dort habe. Sei es zum Beispiel, was ich gerade auf dem Schirm habe. Die sind aber auch noch nicht, das ist ISA Aerospace. Das ist sogar das deutsche SpaceX sozusagen. Die wollen zum Beispiel Trägerraketen bauen, die dann sozusagen, ja, Satelliten in den Weltraum befördern. Der Kollege von mir, ein anderer, hat auch einen YouTube-Channel über Weltraum-Exploration. Können wir euch mal angucken, Senkrechtstarter. Der hat schon mal ein Interview mit denen gehabt. Das habe ich mir dann mal reingezogen. Aber er hat auch noch mal vor, ein neues Interview zu machen. Die sind halt noch gar nicht, dass die sozusagen an der Börse sind. Aber das wäre auf jeden Fall mal so ein interessantes Ding, wenn die irgendwann an der Börse sind oder kommen würden, dass ich mir dann angucke, okay, about, was gibt's da, was machen die? Jetzt könnte ich mal kurz gucken. Weiß ich gar nicht. Ob die zum Beispiel sogar schon auf Crunchbase am Start sind. Das wäre dann halt zum Beispiel, was man machen könnte. Okay, man guckt hier, ich glaube, man schreibt hier Iser. Na, da sind die doch schon so. Company. Geil. Nice. Aber funktioniert doch. Die sind in der B-Round, habe ich irgendwo gerade gesehen. Serious B-Round. Employments 101 bis 250. Actively hiring few jobs. Und dann kann man das jetzt hier das ganze Profile durchlesen von LinkedIn und sowas. Also, das ist ganz geil. Dann bekommt man da echt gute Insights. Wahrscheinlich Financial bekommt man jetzt nicht so viel. Oder das ist hier ein bisschen geplockt. Dezember 2019. Number of Investor 15 Millionen. Und dann haben sie in der B-Round 9. Dezember 91 Millionen aufgenommen. Und dann sieht man auch, wer die Lead-Investoren sind. Das ist dann halt immer auch geil. Dann sieht man halt, okay, aha, was ist das für eine Firma. Super, super entspannt. Also, da werde ich in meiner zukünftigen hoffentlich VC-Laufbahn noch mehr mitzutun haben und kann dann euch mehr kundtun, was möglich ist. Oder vielleicht kann ich irgendwann dann mal auch sozusagen Tickets, die mir angeboten werden für irgendwelche Investments sozusagen durchreichen beziehungsweise zusammenfinanzieren. Jetzt lädt ihr unten Isar Aerospace bauen die Bavaria One von Markus Söder. Ja, quasi. Das werden die wohl tun. Also, ja, diejenigen, die in Discord gefragt haben oder generell interessiert daran sind, checkt auf jeden Fall Crunchbase aus. Holt euch dort Inspiration oder holt euch dort die Informationen und tauscht das dann gerne bei uns im Discord aus. Da werde ich auch jetzt in der Zukunft mehr und mehr einsteigen und sozusagen das Feld der VC-Investoren ein Stück weit unsicherer machen. Aber ja, wie findet ihr das? Schreibt gerne mal rein, ob ihr sowas schon kanntet, nutzt oder ja, ob ihr schon VC-Investor seid. Das wäre vielleicht auch interessant. Moin YouTube, hier ist Bastian von Tallerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten. Das heißt, mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also, jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.